Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar möchte ich heute noch einmal auf das Relegationsspiel Hertha gegen Hamburg eingehen. Ich werde mir eine mögliche Ausstellung von Hertha BSC einfach mal anschauen und einfach auch mal über unsere Personalprobleme sprechen. Danach möchte ich nochmal ganz kurz die neuesten Transfer-News rund um Hertha BSC besprechen und auch an interne Kritik an Bobic. Bevor ich damit beginne, nochmal ein kurzes Hinweis an euch. Abonniert jetzt gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga zu verpassen. Und solltet euch dieses Video hier heute gefallen, lasst gerne ein Like. Ich würde sagen, starten wir rein mit der heutigen Aufnahme. Fangen wir an und zwar erstmal mit einem gewissen Personal-Update. Bei uns fehlen super viele Spieler und wir müssen in unserer Aufstellung auch ein bisschen umstrukturieren. Zuletzt fehlt der Davy Selke und das hat sich auch für das Hamburg-Spiel bestätigt. Davy Selke wird ausfallen und damit wird höchstwahrscheinlich entweder Isaac Belfodier im Sturm stehen oder Stefan Jovetic. Das heißt also auch, dass wir unsere Offensive grundlegend umstrukturieren müssen. Neben Davy Selke fehlen noch Santiago Ascaciba aufgrund einer Sperre, Martin Dardai, Lukas Klünter, Dong Zhongli, Kieran Ensona und Alexander Schwodow. Zusätzlich ist der Einsatz von Marcel Lodga fraglich und das ist sehr, sehr schade. Wir haben also momentan vielleicht 6 bis 7 fehlende Spieler und ja, das ist einfach sehr, sehr bitter für die aktuellen Relegationsspiele. Das sind Personalprobleme, die man eigentlich zu einem wichtigen Halbfinale bzw. Finale nicht haben sollte. Und ja, Davy Selke, Marcel Lodga haben immer Kampfgeist und Einsatz repräsentiert und der wird uns richtig, richtig fehlen. Und das ist schwierig, eine gewisse Aufstellung zu finden, denn es ist natürlich logisch, jetzt vor dem Relegationsspiel wird Hertha BSC unter Felix Maggert nicht die Grundausrichtung und die Taktik versuchen zu ändern, sondern man versucht mit den bestehenden Automatismen weiterhin dieses defensive Konzept aufzuziehen und dem Hamburger daher über Konter ein paar Nadelstiche zu setzen. Nichtsdestotrotz ist halt eben zu sagen, die Hamburger sind wahnsinnig gefährlich. Durch ihr akutes Beibelsspiel, welches Tim Walter dort installiert hat, können sie uns durchaus sogar phasenweise dominieren, das sehe ich sogar ein. Und durch Robert Glatze hat man dort auch einen Torschützen, der wirklich wie ein Knipse agiert, der wirklich jeden Ball auch verarbeiten kann und der von unserer Verteidigung wirklich bearbeitet werden muss. Ich habe mir hier mal eine mögliche Aufstellung angeschaut und ich denke mal, wenn man hier reinschaut, dann würde man sagen, mit Plattenhardt, Kempf, Boyata und Pekarek hat man die übliche Verteidigung da und Plattenhardt muss ein wichtiger Faktor werden. Er kann die linke Seite wirklich komplett verteidigen und das hat er gegen Dortmund gezeigt, dass er das richtig gut kann. Dann davor. Santiago Ascaciba fällt aus, aber man wird weiterhin auf diese Doppelsechs beharrn. Entweder man wechselt dafür Boateng an und lässt Boateng als Sechser bzw. Achter spielen oder man gibt Niklas Stark einen Einsatz. Niklas Stark kann durchaus die Santiago Ascaciba Rolle kompensieren und kann zusätzlich auch noch offensiv agieren und seine eigenen Bälle spielen. Und das fände ich sehr interessant auf dieser Position, aber natürlich gibt es dort auch noch andere Optionen. Ich hoffe nicht, Darida. Ich hoffe es nicht, aber ich sehe es leider schon kommen. Dann davor. Serda Boateng-Ecklenkamp. Ich denke nicht, dass Richter eine Option sein wird für die Stadionstellung, weil er einfach in den letzten Spielen zu schlecht war. In der gesamten Rückrunde nicht ein Tor geschossen und wirklich nahezu negativ aufgefallen jetzt in der letzten Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Richter eine Option für die Stadionstellung ist und wird mir daher Ecklenkamp erneut wünschen. Und dann im Sturm. Das ist die Riesefrage. Jovicic oder Belfodil? Das kann man schwierig einschätzen. Ich würde Jovicic natürlich einwechseln, weil er hatte die einzig gefährlichste Chance gegen Dortmund. Und er kann immer überzeugen. Kann sich auf engem Raum durch die Hamburger Defensive schleichen. Ich denke mal gegen Schonlau und natürlich auch in einer gewissen Form mit Moritz Heyer hat er durchaus auch noch Gegenspieler, die genau seinem Beuteschema entsprechen, wo er genau auch agieren hat, wo er mit seiner Bewegung und seiner Technik sich gut durchsetzen kann. Und wo er vor allem fokussiert Tore erzielen kann. Natürlich ist es halt eben aber auch so. Hamburg hat mit natürlich auch, wie gesagt, Schonlau, Moritz Heyer eine wirklich stabile und strukturierte und kompakte Verteidigung. Und das hat man in den letzten Spielen gesehen. Da waren jetzt in den letzten Monaten und Wochen die zu Null Spiele immer und immer höher geworden. Und man sieht halt durchaus, dass die Verteidigung es im Team als Gesamtleistung gut verteidigt hat. Und ich bin gespannt, wie Hamburg es gegen eine eigentlich qualitative Offensive wie Hertha BSC setzen wird. So, an dieser Stelle war es das jetzt aber zum Redegationsspiel. Morgen geht es darum natürlich nochmal genauer, wo ich einen exakten Vorbericht dazu liefern werde. Und jetzt kommen wir zu den Transfer-News. Laut Football News24 ist ein Verbleib von Christoph Biontek beim AC Florenz fraglich. Er hatte dort ja, wie wir wissen, einen sehr, sehr guten Start erzielt. Konnte dort binnen fünf Spielen schon drei Tore erzielen. Aber er hat seinen Platz in der Starthilfe an acht Türker Ball verloren. Und demnach sind die Florentiner und der AC Florenz nicht bereit, die geforderten 15 Millionen Euro zu zahlen. Und das heißt, er wird wohl zu Hertha BSC zurückkehren. Ja, es ist sehr, sehr schade. Es ist sehr, sehr schade. 15 Millionen wäre nochmal ein möglicher Ausgleich gewesen, um diesen Verlust, den wir mit ihm machen würden, komplett zu kompensieren. Aber jetzt stecken wir in der Scheiße. Diese Leidtransfers sind komplett nach hinten losgegangen. Dodi-Lücke-Baggie und Christoph Biontek, beide für mehr als 20 Millionen Euro verpflichtet, sind jetzt vielleicht noch ein Drittel davon wert. Und das ist verdammt bitter. Jetzt müssen wir schauen, ob wir ihn irgendwie loswerden, ob wir damit überhaupt noch ein bisschen Geld verdienen. Und ich muss es leider sagen, diese Leidtransfers sind komplett nach hinten losgegangen. Würden Dui-Lücke-Baggie oder Biontek möglicherweise bei uns spielen, hätten die vielleicht das ein oder andere Tor geschossen und uns möglicherweise aus der Relegation befreit. So sind es Transfers, die nach hinten losgegangen sind, die uns Geld eher sogar weggenommen haben, anstatt uns wirklich Geld gegeben haben. Und wir könnten, sollten diese Spieler nicht plötzlich einen Formanstieg haben, wirklich ein massives Minusgeschäft mit beiden Spielern machen. Und das ist verdammt schade. Und ich bin gespannt, wie man sich in der nächsten Saison entscheiden wird. Christoph Biontek hat ja hier noch einen Vertrag. Und ja, es ist halt eben auch die Frage, gilt der für die zweite Liga? Das Wichtigste wäre jetzt den Klassenheit zu schaffen und von dort aus die finanzielle Strukturierung komplett anders zu gestalten. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Freddy Bobic. Freddy Bobic steht momentan massiv in der Kritik intern. Laut der Sportbild soll die Kritik an Bobic intern immer und immer mehr wachsen. Da gibt es natürlich einige Fehler, die er begangen haben soll. Und Dardai zu entlasten zu haben, wird ihn als großen Fehler angesehen. Und das ist natürlich logisch. Paul Dardai hat uns hier sicherlich in unseren 11. und 12. Platz geführt. Und er wurde eben entlassen auf Basis einer komplett falschen Einschätzung von Bobic und die absolute Überschätzung des eigenen Kaders. Und ja, Dardai entlassen zu haben, wird ihm als großer Fehler angerechnet. Und Korkut als Nachfolger zu installieren, ebenso. Wir haben gesehen, Korkut hat durchaus das Team erreicht. Hat durchaus attraktiven Fußball spielen lassen. Aber wir haben Ergebnisse eingefahren. Wir haben 1-6 gegen Leipzig verloren, 13-0 gegen Freiburg verloren, 4-1 gegen Frankfurt verloren, 2-1 gegen Fürth verloren. Und das war eine Fehlentscheidung von Bobic, die hätte vermieden werden müssen. Der schlechte Ungarn mit der Mannschaft wird ihn angelastet. Zum Beispiel der Starkabschied. Und ja, es gibt grundsätzlich auch noch sehr viele interne Diskussionen zwischen neuen und alten Mitarbeitern. Und das ist eben so, dass jetzt Bobic Kritik einstecken musste. Aber, aber, Bobic ist noch nicht angezählt oder ähnliches. Eine, ja, ich sage es ja einfach mal so, die nächsten Entscheidungen von Bobic müssen sitzen. Die müssen komplett, wirklich komplett einschlagen, um natürlich eine gewisse Kritik und einen möglichen Rauswurf zu vermeiden. Die Kritik, die an ihnen wächst, aber sollten die nächsten Entscheidungen sitzen, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, wird er weiterhin unser Sportdirektor, beziehungsweise Geschäftsführer Sport bleiben. Das ist sehr interessant, diesen, ja, aktuellen Verlauf zu beobachten. An dieser Stelle war es das aber schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Wir sehen uns dann tatsächlich auch schon morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt den Abend, geht morgen ins Stadion, feuern wir ein letztes Mal nochmal unser Team von zu Hause an und schaffen wir diesen verfickten Klassenheit. Wir sehen uns dann auch schon wieder mit dem Video. Untertitelung des ZDF, 2020